Die neue Super-Rakete der NASA ist bereit. Das Space Launch System SLS ist startklar. Endlich wieder eine Rakete vom Format der Saturn-5-Mondrakete. Eine superwichtige Hürde, die die Mondmission in greifbar Nähe rückt. Können die Zeitpläne eingehalten werden? Und inwieweit wird Elon Musk mit seinem Unternehmen SpaceX mitmischen? Clixoom Science & Future liegen es dreimal pro Woche spannende Science-Videos. Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Nur so verpasst ihr nichts. Los geht's! Herzlich willkommen endlich auf der Zielgeraden. Die NASA ist ein wichtiger Meilenstein bei der Entwicklung des neuen Space Launch System SLS gelungen. Die Hauptstufe und die Booster als wichtiger Support für den Start wurden jetzt das erste Mal in ihrer finalen Konfiguration zusammengesetzt. Das ganze NASA-Projekt war bisher nur im minimalen Schneckentempo vorangekommen. Eine Enttäuschung folgte der nächsten. Eigentlich sollte das SLS bereits 2016 fertiggestellt werden. Zum jetzigen Zeitpunkt, also im Jahr 2021, sollten eigentlich auch schon bemannte Flüge stattfinden. Doch das alles wurde nichts. Unter anderem die Softwareentwicklung machte der NASA einen Strich durch die Rechnung. Doch jetzt ist eine wichtige Hürde genommen. Das Space Launch System wurde erfolgreich aufgebaut. Die erste unbemannte Artemis-Teilmission soll im November stattfinden. Artemis ist der Name des neuen NASA-Mond-Programms. Bei diesem Testflug soll das SLS eine Orion-Raum-Kapsel ins All bringen. Diese soll dann zum Mond und wieder zurückfliegen. Fest steht, die Treckerrakete der SLS spielt eine Schlüsselrolle bei der geplanten NASA-Mond-Mission. Space Launch System SLS ist 98 Meter, also etwa 20 Stockwerke hoch und, Achtung, bis zu 28.400 Kilometer pro Stunde schnell. Laut NASA die leistungsstärkste Rakete weltweit. Ende 2019 wurde die Superrakete das erste Mal offiziell von der NASA präsentiert. Dazu sprach der damalige NASA-Chef Jim Brittenstein von, Zitat, einen wichtigen Meilenstein und ein Beweis für das amerikanische Unternehmertum und den Erfindergeist. Mit mehr als 1.100 großen und kleinen Unternehmen in 44 Staaten, die zur Konstruktion und Montage beitragen, wird die SLS-Rakete Amerika befähigen, das Ziel des Artemis-Programms zu erreichen, die erste Frau und den nächsten Mann bis 2024 auf dem Mond zu landen. Und das ist der große Kuh der NASA. Mehr als 50 Jahre nach der letzten Mondlandung soll dann also auch eine Frau Teil der Besatzung sein. Eine echte Premiere. Auch eine Person of Color soll dabei sein und mit auf dem Mond landen. Inhaltlich möchte sich die NASA am Südpol des Mondes vor allem mit dem Wassereis beschäftigen, das dort in der Vergangenheit aufgespürt werden konnte. Im besten Fall könnte es in Sauerstoff und Wasserstoff aufgespalten werden. Doch bei der Entwicklung der Superrakete gab es immer wieder Rückschläge und die Kosten schossen ins Unermessliche. Erst im März diesen Jahres dann ein kleiner erster Erfolg. Der komplette Raketenstart von acht Minuten konnte simuliert werden. Bei den vorherigen Tests hatten sich die RS-24-Raketenantriebe vorzeitig abgeschaltet. Der Raketenantrieb des Space Launch Systems SLS war dann im Frühjahr diesen Jahres im Rahmen der Vorbereitung für die Artemis 1-Mondmission der NASA erneut getestet worden und eben erfolgreich. Nachdem sich die vier Raketenantriebe beim vorherigen Test im Januar vorzeitig abgeschaltet hatten, konnte nun der komplette Raketenstart von acht Minuten simuliert werden. Der Test wird als Hotfire bezeichnet und alle vier Triebwerke feuerten für acht Minuten und zehn Sekunden. Das entspricht dem Start des SLS, bis die Rakete dann das Weltall erreicht. Erfolgreich getestet wurde zudem auch die Beweglichkeit der einzelnen Triebwerke. Laut NASA ist der Antrieb des SLS das bislang größte Raketentriebwerk der NASA. Das aktuelle Video, das die NASA jetzt präsentiert, zeigt, wie die Rakete im Kennedy Space Center konstruiert wird. Im Zeitraffer ist in den acht Minuten zu sehen, wie die Rakete mit den anderen Teilen zusammengebracht wird. Insgesamt wird also so eine Höhe von 98 Metern erreicht. Die Bilder der NASA zeigen jetzt die Hauptstufe, die alleine 65 Meter hoch ist und rund 85.000 Kilogramm wiegt. Die SLS-Rakete spielt eine Schlüsselrolle bei den Mondmissionen der NASA, denn sie trägt das Gewicht der Nutzlast, der oberen Raketenstufe und der Raumkapsel. Darin werden sich dann die Astronautinnen und Astronauten befinden. Bei Artemis 2 geht es zunächst um die Umrundung des Mondes. Mit Artemis 3 ist dann tatsächlich die Mondlandung gemeint. An der Basisstufe befinden sich außerdem die vier Triebwerke und zwei Feststoffraketenbooster wie die NASA mithalten. In der nächsten Zeit stehen dann noch Betankungstests an sowie Übungscountdowns. Klar ist aber auch, das Space Launch System ist eine Entscheidung, die rein politisch motiviert ist. Es soll nach dem Willen der US-Politik möglichst viele Arbeitsplätze erhalten. Doch dafür nimmt man seit langer Zeit viele Nachteile in Kauf. Sie ist sehr teuer, sehr komplex und ein riesiger Koloss. Dabei gäbe es die Möglichkeit, US-Astronautinnen und Astronauten auch anders auf den Mond zu bringen. Eine realistische Option wäre zum Beispiel die Zusammenarbeit mit dem Raumfahrtunternehmen von Elon Musk SpaceX. Technisch und finanziell gesehen wäre das sogar ziemlich sinnvoll, auch wenn mit Mast-Schwerlastrakete zwei Starts notwendig wären, also mit der Falcon Heavy, um das notwendige Equipment ins All zu bringen. Das ist auch einer der Gründe, warum sich die meisten US-Politikerinnen und Politiker gegen SpaceX aussprechen. Denn das Space Launch System wäre, wenn es dann mal fertiggestellt ist, die leistungsfähigste Rakete der Welt. Mit nur einem Start könnte sie Mondraumschiff und Landemodul ins Weltall bringen. Auch die Raumkapsel Orion, die Amerikanerinnen und Amerikaner an der Spitze der SLS-Rakete zum Mond bringen soll, frisst jede Menge Geld. Ursprünglich war sie als Taxi zur ISS, zur Internationalen Raumstation, angedacht, dann zu einem Asteroiden zu gelangen und dann für die Reise zum Mond. Mittlerweile wiegt die Orion-Kapsel zusammen mit dem Service-Modul 25 Tonnen, Crew Dragon von SpaceX dagegen 10 Tonnen. Eine Falcon Heavy-Rakete könnte diese also zum Mond katapultieren für 200 Millionen Dollar und nicht für zwei Milliarden wie bei der übergewichtigen SLS-Kombi. Im April hatte die NASA dann zumindest die Entscheidung getroffen, dass SpaceX die Landefähre bauen soll, mit der die Astronautinnen und Astronauten auf dem Mond landen werden. SpaceX hatte sich dabei gegen Dynetics und gegen Blue Origin von Amazon-Gründer Jeff Bezos durchgesetzt. Konkret geht es um das Human Landing System HLS, ein Mondlandefährenmodell, das zwei Astronautinnen oder Astronauten samt Ausrüstung zur Mondoberfläche bringen soll. Dort sollen sie dann etwa eine Woche bleiben. Der Vertrag zwischen SpaceX und NASA beinhaltet einen Umfang von 2,89 Milliarden Dollar. Eine sehr ungewöhnliche Entscheidung, dass nur ein einzelnes Unternehmen einen solch schweren Auftrag bekommt. In der Vergangenheit hatte die NASA immer mehrere Unternehmen ausgewählt. So gab es zahlreiche Proteste und die Auftragsvergabe wird nun überprüft. Zurück zum SLS-Projekt. Es ist staatlich beauftragt und sein Bau ist in vielen US-Bundesstaaten ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Über die zahlreichen Verzögerungen und Kostenexplosionen wird deswegen hinweg gesehen. Klar ist hier, das Geld fließt so oder so. Die NASA gibt vor und das Team von Boeing, das das Space Launch System federführend betreut, baut. Wünsche werden hier nicht hinterfragt und der Zeitdruck ist hier gleich null. Naja, annähernd null. Wie steht es also um die Zeitpläne der NASA-Mondmission? Die US-Regierung nimmt die geplanten Abläufe derzeit noch genauer ins Visier. Die Chancen stehen gut, dass Artemis 1 noch in diesem Spätherbst also erfolgt. Hierbei wird ein unbemanntes Orion-Raumschiff in die Umlaufbahn unseres Erdtrapanten geschickt. Übrigens angetrieben mit deutscher Technologie, denn die sogenannten European Service Modules, ESM, wurden hauptverantwortlich in Bremen gebaut von Forschenden des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt. Und so wird ESM-1 Bremen zurzeit am Kennedy Space Center der NASA in Florida für seinen Flug als Teil des Orion-Raumschiffs im Spätherbst 2021 vorbereitet. Doch wie sieht es aus mit der Landung auf dem Mond? Wir hatten Anfang des Jahres bereits exklusiv darüber berichtet und zahlreiche Quellen zusammengetragen. Steve Jurczyk, ehemaliger Interim-Chef der NASA, sagt jetzt, Das Ziel der Mondlandung 2024 könnte ein unrealistisches sein, angesichts der Budgetzuteilung der letzten beiden Jahre, die nicht genügend Mittel bereitgestellt haben, um 2024 erreichbar zu machen. Vor diesem Hintergrund überprüfen wir das Projekt hinsichtlich des effizientesten Weges. Wir werden also warten müssen. Warum, das erfahrt ihr in diesem Video exklusiv. Mondlandung für 2024 gestrichen. Ziemlich spannende Geschichte. Also anklicken, anschauen und vor allem abonnieren diesen Kanal Clixoom Science in Future einfach hier auf den Abo-Button unter dem Video. Klicken ist kostenlos und ansonsten bis dann. Bleibt dran!